Der Zeppelin ist nicht wendiger wie der Mann da, also von daher. Der ist nur ein bisschen schneller. Aber es ist interessant, es ist wirklich entschleunigend. Ja ja, klar. Ich bin ja auch mal Luftschiff gefahren. Ne, hat aber was, das ist entschleunigend, das ist gemütlich. Das ist fast so ein bisschen wie Segeln, ne? Ja. Auch Segelschiff fahren ist anders als ein Motorschiff. Ich meine, der hat jetzt zwar einen Motor drin oder so, aber nicht. Ja, es war fertig. Das ist so, weiß ich, auch nicht. Das ist so. Ja, dass wird heute Zeit im den Schiffen waren. Da sind keine Berge, der ich nicht gesehen habe. Ich bin ja auch nicht der Begevirt, dass der ist. Ja, ich bin ja auch nicht. Follow me. Das können Sie sonst gar nicht machen, wenn du selber fliehst. Richtig. Weil es zweimal fliegen, unverführen, dann ist es eng. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017